Okay, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 4. Weiter geht's mit einer Cutscene. Die Gelegenheit der Neurotransmitter, Hormonen und Stimulanten, die ihnen eine Ecke in der Krieg. Sie können einen Artifizial Kampfkampf aus dem Anwalt zu verlassen, am Ende der einen Soldaten töten. Oder sie können Anwalt zu suppressen Hormonen um zu neutralisieren die Emotionen des Soldaten, zu ermöglichen sie von Panik und in einen Freundeskreis oder massakten. Das ist alles kontrolliert durch das System-Ai-System. Es kontrolliert die Soldaten, die Emotionen, die Szenen, in anderen Worten, die Essenz des Seins. Die Schöne der Kriegung der Kriegung haben die Schöne für mehr Soldaten und mehr Kriegung. Das, in turn, führt zu der Entwicklung der Technologien, um schnell zu verbessern und zu kontrollieren ihre Aktionen. Das System verhältst du eine Städte von Soldaten optimistischen Soldaten auf ein Minimum kost. Aber du, von allen Menschen, musst du verstehen, Snake, dass, in der Technik der Kriegung, ein Soldaten können Sie nicht lernen können. Sie müssen durch die Erfahrung gewonnen werden. Das hat etwas zu tun mit diesem Test von dir? Der Ziel war, die Soldaten von Soldaten aus dem System herauszufinden. Aber wir wussten nicht über den Kontrollen mentalen. Und die Nanomachines waren Berserk? Nein, unser Test war ein Erfolg. Auf jeden Fall, die unsere Hyphotesis auf der Zeit gewonnen hat. Wir mussten wie wir, die Nanomachines verraten, und die PMC Soldaten wurden vom System verraten... Aber wenn man das System verraten... ...türen die Schmerzen und Gefühle, die Trauma und Stress, die Hörstung, Regretung, Fähigkeit... ...die Sensations, die gesperrte wurden... ...were in ihren Herz. Seine Erinnerungen, wie sie ihre Szenen, waren nicht verabschieden. Jedes Soldaten sie verabschieden, jedes verabschiede, jedes Gefahr gegen die Innocenten. Jeder Kampf der Krieg, die sie verabschieden hatten, wurde festgelegt in ihren Hörten. In der Suppressen der User, die Nanomachines verabschieden ein schweres Herz auf sein Herz. Der User verabschiede die Nanomachines. Diese Reaktion muss dann beabschieden mit Drugs. Bevor der User weiß, seine Sprache ist in... ...komplettem Schambles. Snake. Erinnerst du Frank? Frank Jaeger. Greifox. Sie verabschieden seinen Körper für ihre Erfahrungen, und verabschieden seinen Herz mit Nanomachines. S.O.P. hat es noch weitergelegt, und verabschiede es an Menschen Menschen. Die Szenen der Krieg, die diese Soldaten in ihnen verabschieden, hat sie zurückgebracht und verabschieden sie in der Form von unimaginable Schallshock. Der Sinn im System hat sich verändert, aber der Krieg hat nicht. Bis zum nächsten Mal, Krieg war wie ein Spiel für sie. Sie verabschieden sie. Und dann, plötzlich, die Realität kamen, zuerst. Das ist etwas, was ich nicht verabschiede, aber das ist, was wir sagen, Was wir tun? Es ist auf jeden Fall, dass wir nicht mehr so viel verabschieden sind. was wir eine Auschwache. Sie haben eine Auschwache, dass wir nicht mehr so viel. Was wir in der Vorhache ist, Es ist so, dass wir nicht mehr so viel mehr so sein. Wir haben eine Auschwache, dass wir die Auschwache, Für eine Minderung, die das essentielle Erfahrungen zu verlieren, ist es einfach zu viel zu bearieren. Aber was für mich? Ich habe nie in der Kontrolle des Systems. Das ist der Grund, dass ich dein Körper überprüfen. Du musst auch wissen. Okay, Snake. Entschuldigung. Snake. Was hat dich in? Hurry up. Oh mein Gott. Snake. Oh mein Gott. All right. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die meisten von ihnen wurden verletzt durch die Blöden und Exkretion, aber ca. 30% bleibt in deinem Körper, verletzten zu deinen Cellen. Die ersten Generation wurden nie ID-registert, damit sie nicht reagieren wie die S.O.P. Nanomachines, aber sie vielleicht interferieren mit deinem Körper, und mit deinem Herz. Also, hat die Aging auch etwas zu tun mit der Fuchs-Diät? Nein. Nein. Deine Telomere wurden intenziert, um kurz zu sein, egal ob der Zeit des Originales. Ein von den Genen, die Reproduktion und Verwaltung, der Klotho-Gene, war auch intenziert, mutiert. Aber wichtiger Punkt ist, deine Chromosome, wie Liquid, wurden genen Terminator-Generes gefordert, um sie zu machen. Warum? Deine Klone wurden für einen Grunde gefordert, der Krieg. Und so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. Es war ein Gericht, um ein Gericht, um sicherzustellen, dass die S.E.D. von Big Boss nicht in den Händen von anderen. Der Grund, warum du so schnell wachst, ist nicht wegen der Krankheit, von Krankheit oder Fuchs-Diät. Das ist wie du begonnen hast. Es ist dein Leben langsamer. Es ist dein Leben langsamer. Es ist dein Leben langsamer. Es ist eine Wahrheit, Naomi. Wie lange mein Körper kann sich überleben? Ihre Säle, deixa, Blut, Organe, Nürfe, Systeme, Muscle, Das ist ein kleines Fisch. Alle Teil von deinem Körper werden schnell verletzt. Ein Mann ordentlicher würde nicht sogar noch stehen. Snake, die einzige Sache, die dich zusammenhalten, ist die Kraft von deinem Willen. Wie lange habe ich? Halte ein Jahr. Nein. Schneck. Es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Jetzt was? Du und ich beide wissen, dass dein Körper auf ihre Grenzen ist. Aber als ich sagte halve Jahr, ich war nicht über deine Leben. Was bedeutet das? Wir können nicht den Fokstai in deinem Körper vollkommen. An diesem Punkt läuft es in dir wie ein normales Virus. Ja, also? Ich weiß nicht. Das ist das, was zerstört den AT-Präsident. Und Liquid. Ja. Ich weiß nicht. Und in dem Moment ist es, um zu schützen diejenigen, die nicht definiert werden, als Fokstai aus dem Virus. Hier. Ich zeige dir. Die Rezeptoren auf dem Fokstai in deinem Körper. Die Rezeptoren auf dem Fokstai in deinem Körper. Die Rezeptoren auf dem Fokstai in deinem Körper. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Die LOimir, diese Gele measures in der COL. кого divided Carol vom Fokstai in deinem Körper. Wie heißt das, dass das Virus unheimlich Dahindeaf undnetenlleschen die Art besgré, es weisst. Seit dem Shadow Moses, die Boxstye hat immer wieder in der Nanomachin-Kolonie gegründet, in deinem Körper und in der Luft gegründet. Aber es gibt noch mehr Fähigkeiten, also gibt es noch mehr Fähigkeiten. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all, remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch voxdai through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... Half a year. No. Three months at the most. Three months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just one percent of the human race could unlock the broken receptors. Or whether we all can. In either case, three months from now you'll be a walking biological weapon. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich weiß, ein Video nur mit Katzchen, aber... Hm, so ist Metal Gear halt. Bis zum nächsten Mal.